Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schatzsuche. Beginn von etwas großem und was du da diese Woche machen musst, das zeige ich dir jetzt. Dafür müssen wir eine Straßenszenen-Rennveranstaltung fahren. Ich nehme hier oben Costa Recorsa und da sind wir auch schon im Rennen und ich würde sagen, ich fahre kurz das Rennen, das kriegt er hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Da haben wir das Rennen abgeschlossen und ganz wichtig, ich habe hier den Honda Prelude von 94 genommen, auf B700 getunt und hier rechts von den Pyramiden, von dem Dragstrip, da steht auch schon die Schatztruhe. Ja und da steht die Schatztruhe hier am Haus, einfach umfahren und dann haben wir 100 bekommen. Dankeschön dafür, ich hoffe das Video hat dir gefallen und geholfen, wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, tschüss und auf Wiedersehen, tschüss. Dankeschön.